Was geht ab ihr Monster und herzlichst Willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute mal wieder Paintball und ich bin absolut hyped. Falls ihr genauso hyped seid wie ich, dann spasht jetzt den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Grüße gehen raus an meine Roblox Team Zockmonstergruppe und im Speziellen an Emirhan und GamerTobi. Euch beiden habe ich mir jetzt heute rausgesucht hier, um euch zu grüßen. Was geht ab? So, wir legen direkt los, spasht den Like-Button und hinterlasst mir ein kostenloses Abo. Wir sind auf 11 Minuten und versuchen jetzt hier noch eine Nuke zu bekommen. Warum? Das sollte überhaupt kein Problem sein, wenn wir denn hier Gegner finden. Aber egal, ich habe mal wieder Lust auf eine Runde Paintball. Ich weiß, Paintball braucht wieder ein Update. Es ist soweit. Ich hoffe ja auf ein fettes Summer-Update und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Denn ich bin der Meinung, Paintball verliert wieder Spielerzahlen und es gibt wieder kein neues Update. Ich warte ja immer noch auf einen neuen Game-Mode oder mal wieder eine neue Karte. Vielleicht ein paar neue Waffen, wobei die neuen Waffen alleine reichen einfach nicht mehr. Und da muss unbedingt was passieren. Der Sommer ist doch wieder super dafür. Ich meine, es sind jetzt... Die ersten Ferien fangen jetzt an, die Sommer-Updates kommen. Arsenal hat ein Sommer-Update gebracht. Ein paar Simulatoren haben jetzt schon ein Sommer-Update gebracht. Es wird wirklich, wirklich Zeit, dass Paintball jetzt nachzieht, damit hier die Spielerschaft nicht wegbricht und die Leute weiter Bock drauf haben. Ich merke das auch schon an den Videos. Ihr persönlich, ihr feiert zweimal noch Paintball, aber die Views an sich gehen deutlich zurück bei Paintball. Aber ich spiele es immer noch absolut gerne und will deswegen hier auch weiterspielen. Na, komm, dich kriegen wir auch noch irgendwie. Jo, von hinten. Das war knapp. Da ist mir gerade eine Farbkugel unterm Hintern weggeflogen. Hup. Oh, da ist wieder einer oben. Den haben wir nicht können. Den haben wir nicht treffen können, leider. Dann holen wir uns hier unten jetzt. I'm sorry. Moment, zumindest die Drohne können wir den kaputt machen. Na, komm schon. Guck. Guck. Ich hab dich kurz gesehen. Na, ist runtergesprungen. Komm her, Junge. Und da hinten, Longshot. Achtung. Hup. Voll ins Gesicht. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr euch wünschen würdet. Für Paintball, wie gesagt, ich warte ja immer noch darauf, dass unser Simulator endlich fertig wird. Ich hab's richtig in den Fingern. Man, kennt ihr das, wenn die Finger jucken und ihr wollt unbedingt was machen, aber ihr müsst erst ein anderes Projekt fertig machen. Und so ist es momentan bei uns mit dem Simulator. Wir müssen, oder was heißt, wir müssen, wir wollen den Simulator natürlich erst fertig machen, den eigenen mit dem Manorhood. Um dann, ähm, um dann auch sowas wie Paintball herzustellen. Da hab ich halt richtig Bock drauf, das zu programmieren. Und da bin ich halt auch noch richtig Hype drauf. Deswegen haut immer raus, ich nehme sowas mit. Na, können wir dich jetzt hier noch holen? Was machst du da? Mr. Lost. Und, äh, da haut immer raus in den Kommentaren, was ihr euch für Paintball wünschen wolltet. Habe ich eigentlich noch sagen wollen, bevor ich da meinen Spaß habe. Oh! Lull erwischt! Crazy Devil an der Stelle ist, äh, weggeschossen worden. Oh, da hinten Longwood Shot. Mir fehlen hier ein paar Gegner, ne? Also wir brauchen noch ein paar. So aktuell ist hier, äh, easy, cheesy. Komm mal raus da! Komm raus da, Joll! Ich seh deine Waffe! Guck mal, wie er da lunzt. So, worauf hast du denn geschossen? Vielleicht können wir das vollenden, was du nicht getroffen hast. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja! Junge, das war knapp. Oh, da wird geschossen. Hier. Haben wir. Da ist einer drin. Boop! Da hinten Longwood. Na komm, dann du jetzt. Ah! Na, kommst du da ran? Hihihi. Oh. 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 Uuuh. Uuh. Biiiiiih. Party. Die Party-Knarre ist wieder am Stüssel. Die ist halt echt mit einer der Besten, meiner Meinung nach. Aber wir müssen uns jetzt mal langsam auf die New konzentrieren, ja? Uuh. Hihihi. Ich fände die fast so gut wie die Kack-Kanone von, äh, niemand. Der hat mir die ja gezeigt, damals im Stream. Das werde ich auch niemals vergessen. Für mich bist du nicht niemand, für mich bist du der, der mir die Kack-Kanone gezeigt hat. Das wird auch immer so bleiben. Oh, wir haben mal die Seite geweckt. Oh, das wird ein Longwood Shot. Oh. Der war mal anders weit. Nein. Du hättest mich gar nicht treffen können. Ich fand übrigens einen Challenge, also einen Challenge-Vorschlag hatten wir hier. Der war tatsächlich, dass ich jedes Mal, wenn ich getroffen werde, eine andere Waffe nehmen muss. Die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Eventuell machen wir das demnächst mal, falls ihr da Bock drauf habt. Äh, smash den Like-Button. Smash den Like-Button allgemein. Und hinterlasst mir gerne kostenloses Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn wir haben immer noch 60%, die meine Videos gucken und nicht den Abo-Knopf drücken. Wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst gerne ein Abo und verpasst keine neuen Folgen. Denn ich, äh, bemühe mich wirklich viel mit meiner Community zu machen. Das heißt, wir spielen viel zusammen, immer in den Streams. Tatsächlich kann man mir jederzeit nachjoinen. Meistens, wenn ich nachmittags oder abends aufnehme. Momentan ja ein bisschen weniger leider. Also nachmittags. Ähm, dann kann man auch, oder spielen die Leute mit mir mit. Gestern zum Beispiel habe ich Arsenal aufgenommen. Da waren, glaube ich, vier oder fünf, vier oder fünf Zockmonster mit am Start, die mitgezockt haben. Das war mega lustig. Und dann schreibt man ab und zu einmal im Chat zwischen den Aufnahmen. Und vor allen Dingen könnt ihr so auch in den Folgen, äh, äh, vorkommen. Und, ne, man sieht euch dann. Ist ja ein bisschen cool eigentlich. Kann ich euch immer nur ans Herz legen. Einfach mal machen. Den machen wir auch noch kaputt. Den hat mein, äh... Oh lol! Nice Shot auf jeden Fall. Aber er hatte einen Sniper. Das macht die dann wieder so semi-gut, den Schuss. Moment, hier hat doch jemand... Da, guck mal! Das wird ein Long-Range-Shot hier. Bup! Jetzt holen wir uns den hier. Bup! Nice! Und da hinten ist auch noch einer. Loll, als ob das nicht getroffen hat. Wollte gerade sagen, ey. Huiuiui! Oh nein, der hatte eine Drohne! Egal, es fehlen noch 48. Und wir haben noch fünf Minuten Zeit. Loll! Loll! Alter! Ultra Instinct! Den habe ich halt gar nicht treffen können. Den hat alles ausgewichen hier. Richtig OP, der Boy. So, den haben wir auch erwischt da hinten. Uuuuut, den treffen wir jetzt auch. Nein! Nein, Crazy Devil, lass mich doch! Ach, Mann, oh! Ei, 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 ei! Perfekt! Easy! Ah! So, ihr könnt mir übrigens auch in den Kommentaren nochmal wünschen, sag ich schon. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren mal eure Wünsche nochmal schreiben, was ihr so mal sehen wollt. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen... Eigentlich ist diese Woche ein guter Mix am Start. Und wir spielen natürlich auch die Spiele, die ihr gerne seht. Immer. Aber ihr könnt, wie gesagt, gerne mal da wieder was reinschreiben. Wenn ihr irgendwie einen neuen Simulator habt oder so. Mir fehlt es halt ein bisschen an Simulator. Ich weiß, den Beastworm Simulator wünschen sich viele. Aber da komme ich halt gar nicht mehr hinterher. Der ist schon so lange da. Ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man schon einen Monat spielen, um da überhaupt an den Content zu kommen, den die anderen alle haben. Leute, ich wollte gerade sagen, habe ich den da hinten jetzt getroffen? Das wäre es natürlich gewesen. Auf jeden Fall hat er auf uns geschossen. Das heißt, der ist wie angeleckt. Der gehört uns. Na ja. Na ja. Na perfekt. Das müssen wir mal gucken. Da hinten sind noch zwei. Da ist auch noch einer. Der hat sich da versteckt. Dann holen wir uns erstmal den da. Wir müssen uns hier ein bisschen klug bewegen. Der hat es erwischt. Die hat es erwischt. Und da hinten war noch jemand. Eigentlich. Ja, soll ich doch? Wenn der nicht mal krass war. Oh, hinterher ist einer gespawnt. Noch einer sogar. Er kommt schießt, obwohl er am Boden lag. Na los. So, vier Minuten haben wir noch. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Aber ich... Nee, halt hier so wenig. Uh, Treffer. 28 noch. Langsam wird es tatsächlich knapp mit der Nuke. Aber was soll ich machen? Ich treffe ja alles hier. Komm schon. Er ist wieder Ultra Instinct. Das ist derselbe Typ. Treff ihn nicht. Ach, Mann. Oh, Super Saiyajin Modus hier. So, den haben wir auch. Dahinter war noch einer. Was ich mir übrigens nicht schreiben müsste, ist der Anime Fighting Simulator. Den weiß ich, dass ihr den gerne sehen wollt. Und den werde ich auch machen. Das Problem ist, ich muss da leveln. Ohne Ende. Und tatsächlich sind, glaube ich, all die, die das spielen und gut sind, benutzen Autoklicker. Ich habe noch nie Autoklicker benutzt. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass beim Anime Fighting Simulator man absolut keine Chance mehr hat, wenn man den Autoklicker nicht benutzt. Also ich weiß nicht. Da sind halt Zahlen. Da muss man einfach nur da sein und klicken. Ähm, und uff. Lass uns nicht drüber reden. Also, ich habe halt schon weiter trainiert. In Anführungsstrichen, indem ich dann YouTube-Videos geguckt habe. Und die ganze Zeit geklickt habe. Aber es kann ja nicht Sinn der Sache sein. Weil so kann ich euch momentan nichts sein. Gefühlt jeder, der auf dem Anime Fighting Simulator Server ist, äh, macht mich nass. Weil er viel stärker ist als ich. Oh, leu. Da hat die Drohne geschafft. Ähm, deswegen. Da muss ich erstmal nochmal gucken, wie wir das machen. Ach, ich will aber eigentlich keinen Autoklicker benutzen. Lass halt schummeln. Lass halt schummeln. Also, wie gesagt, beim Simulator finde ich das gar nicht sooo schlimm. Aber sobald es dann irgendwie andere Spieler effektet. Und das ist ja beim Anime Fighting Simulator. Du wirst ja, wenn du den Autoklicker benutzt, stärker. Dann ist es wieder irgendwie Schummeln, beziehungsweise Hacking, oder? Also, ich würde es nicht Cheaten nennen, aber es ist schon, schon Schummeln. Schon Faulheit. Aber uff, ich muss mal gucken. Das Spiel ist halt auch echt eklig. Also, man muss halt wirklich... Ich momentan habe ich eine Quest, wo ich irgendwie Agility skillen muss auf 200.000. Das heißt, ich muss ungefähr gefühlt 20.000 Mal hüpfen. Und, ähm, das ist ein bisschen uncool. Und ob man dann den Autoklicker nutzt oder sich einfach irgendwas auf die Tastatur legt, auf die Leertaste, das ist dann auch egal. Deswegen, ich hadere da noch mit mir. Aber da wird ein Video zu kommen. Was auf jeden Fall kommen wird, ist, glaube ich, mehr Mad City. Denn Mad City habe ich echt genossen. Also, Mad City hat schon Spaß gemacht. Aber wir spielen jetzt gerade Pain Boy. Ich wollte gar nicht zu sehr abschweifen. Wir haben noch 1 Minute 48 und brauchen immer noch 12 Treffer. Und hier ist gefühlt keiner auf dem Server. Hallo? Ach, nö. Drohne, tu dein Ding. Also, wie gesagt, gefühlt sind hier... Ich sehe hier keinen. Was ist hier los? Da kommt gleich einer. Nee? Nee. Ja, komm doch jetzt. Er hat auf mich geschossen. Hier steht auch einer. Hier sind überall Türme, da müssen wir aufpassen. Dold, ihn hat es erwischt. Haben wir noch einen? Da schießt irgendeiner. Das heißt, hier muss noch einer drücken. Haben wir beide erwischt? Eine Minute noch, sieben noch. Das sollte klappen eigentlich. Das Problem ist einfach, dass ich keinen sehe. Komm schon. Der Crazy Devil ist Ultra Instinct Modus hier. Den trifft man einfach nicht. Oh, da vorne ist einer. Ach, das war dieser dumme Turm. Ey, was ist denn hier los? Komm, ich will meine Nuke. Gebt mir meine Nuke. Eine Runde ohne Nuke ist keine gute Runde. Fünf noch. Da ist einer noch. Vier. Hier höre ich auch noch einen. Unten. Komm schon. Drei. Komm schon. Zwei. Da ist Nummer eins. Eins. Zoll. Schnell drücken. Huh. Das war knapp. Dann beenden wir die Runde nochmal mit einer Nuke. Huh, da habe ich viel zu viel geschwatzt. Das war anders knapp. Also ich glaube, so knappe Runde auf zehn Minuten hatte ich noch nie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Zockmonster.